Roadtrip! Es geht wieder los und zwar in die Schalk Arena, Vettjens Arena nach Gelsenkirchen, da ist heute eine 90er Live Party von Markus Krampe. Endlich, nach zwei Jahren wieder, bedingt durch Corona, finden sie endlich wieder statt. 50.000 Leute waren letztes Mal da und dieses Mal werden auch nicht viel weniger erwartet. Sieht so schön aus! 3G-Regel, aber ohne Masten im Innenraum, also es kann wieder gefeiert werden wie früher. Wer ist mit dabei? Ich lese euch das mal vor. 90er Live Party mit Millie Vanille, Venga Boys, Captain Zack, Eifel 65, Culture Beat, Blümchen, Alex Christensen, Dr. Alban, Hadaway, Oli P, Rednecks und viele, viele mehr sind mit am Start. Und der Sasse ist als Fotograf beruflich auch natürlich mit dabei. Und ich fahre natürlich mit meinem Tesla Model SP 85 mit mittlerweile 248.000 Kilometer. Ja, und den Rest seht ihr dann im Auto. So, los geht's von der Redaktion News on Tour mit 81 Prozent. 248.000, drei Kilometer haben wir auf dem Tacho. Der Trip ist auf Null gesetzt, wie man hier sieht. Ja, die Strecke, die ich jetzt fahre, ist einmal zur Veltins Arena, zum Ernst-Kurzorra-Weg. Da hole ich meine Pressetickets ab, das sieht man hier. Ich komme an mit 39 Prozent. Auf dem Rückweg lade ich dann in Hilden mit 19 Prozent. Also würde ich da ankommen. Hier steht 15 Minuten laden, um weiterzufahren, um dann am Stadtwahl 12 in der Redaktion wieder anzukommen. Ich werde, weil ich aber ein Sparfuchs bin, in Hilden länger laden, die Kiste vollknallen, weil ich ja Free Supercharging habe. Ich zahle ja fürs Laden bei den Tesla Stationen nichts mit meinem alten Model S P 85 mit 248.000 und drei Kilometer. Darum werde ich da eine längere Pause machen auf dem Rückweg. Ja, gegebenenfalls dann die Bilder von der Veranstaltung bearbeiten und Kleinigkeit essen. Ja, das ist die Strecke, die gefahren werden muss. Das ist die Kölner Route über Leverkusen, Düsseldorf, Duisburg, Oberhausen, Gelsenkirchen. Es gibt noch eine andere Route, die man fahren kann. Die führt über Lüdenscheid irgendwie hier hinten rum. Aber die fand ich jetzt nicht so gut, weil da die Autobahnbrücke gesperrt ist und man da über die Dörfer dackeln muss. Ich kriege jetzt zwar nur 111 Kilometer, aber ich bevorzuge die Kölner Route, sage ich immer. Ja, dann sehen wir uns in Gelsenkirchen und mit dem Zwischenstopp in Hilden auf dem Rückweg. Und los geht's! ! so bin jetzt an der geschäftsstelle schalke arena also verhältnis arena angekommen ernst kurzer weg mit 45 prozent wie vorausberechnet wir sehen schön hier 146 kilometer 24 5 kilowatt verbraucht an energie und 16,7 kilowattstunden also super verbrauch normalerweise habe ich so 23,7 wenn ich bei kälteren temperaturen fahre jetzt haben wir 19 grad also perfekter verbrauch so hier hole ich jetzt mal eine presse akkreditierung ab sie doch schön hier das ist ja alles perfekt geklappt im presse counter hier von schalke habe zwei wittbändchen bekommen mit all area access so sind jetzt angekommen in der felddienst arena und jetzt geht's rein 90er live party news on tour so willkommen so Ja, wir sind jetzt fällig. Wir haben 22.57 Uhr, 44% im Akku und es geht los zum Supercharger in Hilden, Seat & Greet. Dann sehen wir uns gleich. Die Prognose ist übrigens Ankunft mit 25%, momentan haben wir 44% drin und 41 Minuten und 63 Kilometre. Dass mein Tesla ein schlaues Batteriemanagement hat, beweist er hiermit. Also 17 Minuten und 28 Kilometer zum Supercharger in Hilden und er schreibt hier oben, die Batterie zum Schnellladen wird vorkonditioniert. Das heißt, er lädt die Batterie jetzt, er heizt die Batterie auf, damit die Batterie die Idealtemperatur hat, um hinterher am Supercharger am schnellsten zu laden. Ein cleveres Auto und ein cleveres Batteriemanagement. Das sind jetzt noch 6,2 Kilometer nach 6 Minuten zum Supercharger in Hilden. Hier oben sind wir und jetzt geht es noch darunter. Und schön zu sehen, die 33 bedeutet, es sind 33 freie Ladeports von Tesla frei. Insgesamt sind es 40, die dort verfügbar sind, das weiß ich. Aber man kann es auch sehen, indem man hier drauf drückt. Und dann steht dann hier, steht sogar 37 frei, hat das jetzt aktualisiert. 40 Ladeplätze mit. In 2 Kilometern an der Ausfahrt 19 rechts abfahren auf die A46 Richtung Hilden. Also er zeigt 40 Plätze an, 37 sind frei, alle 40 Plätze haben 250 kW und es sind noch 4,8 Kilometer. So einfach geht das. Wir sind jetzt in Hilden. Einfach Stecker abziehen, einmal auf den Knopf drücken, die Klappe geht auf, reinstecken und das war's. Er macht klack. Jetzt schauen wir uns mal an, was er hier schreibt. Welche Ladegeschwindigkeit er hat. Ich mach mal eben das Auto zu. Laden gestartet. Klack, klack hat er gemacht, das bedeutet er geht los. 40 hat er schon, 50 kW. 80 kW. 90 kW, 100 kW, 102. Jetzt geht er wieder runter. 22% im Akku drin. Wir sollten eigentlich mit 25 ankommen. Das liegt daran, weil ich ein bisschen schneller gefahren bin, als ich normalerweise fahre. Der berechnet normalerweise die Ankunft nach dem Durchschnitt, wie er normalerweise fährt. Man sieht hier oben, ich bin ein bisschen schneller gefahren, weil auf dem Hinweg hatte ich einen Verbrauch von 165 kWh. Und jetzt habe ich die letzten 66 Kilometer habe ich 233, also 233 kWh verbraucht. Das liegt daran, weil ich die Heizung anhatte, bin ein bisschen schneller gefahren und das ist vor allen Dingen, wie man hier unten sieht, an der Temperatur ist es kälter geworden. Ich glaube, Tagsüber war es 21 Grad und jetzt ist 11 Grad oder 10 Grad jetzt mittlerweile. Und das liegt daran, dass er dann halt dementsprechend mehr Akku braucht. Er schreibt jetzt, dass ich, ich gebe mal an, zu Hause, mal gucken, was das Navi sagt, was berechnet. Er sagt, ich käme mit minus 3% an. Also ich wäre jetzt ohne Laden, wäre ich nicht angekommen, wenn ich jetzt langsam gefahren wäre und die Heizung ausgemacht hätte, wäre ich zu Hause angekommen, ohne zu laden. Aber ich wollte ja eh hier in Hilden einen Zwischenstopp machen, jetzt gleich die Billa eben kopieren, ein bisschen Arbeit noch im Auto. Und das Auto wollte ich dann dementsprechend an den Tesla Supercharger kostenlos für mich aufladen. Ich habe ja Free Supercharging, das wollte ich jetzt auch mal ein bisschen ausnutzen. Für die Weiterfahrt wären eigentlich nötig, ich glaube, was schreibt er da? 45 Minuten verbleibende Zeit. Ja, so viel würde ich ja nicht brauchen, weil man sieht auch jetzt hier, ich habe jetzt minus 2%, minus 1%. Das bedeutet, wenn der auf 0 ist, könnte ich schon wieder weiterfahren. Also ich habe jetzt keine 5 Minuten gewartet hier. Aber ich will halt das Auto vollladen und dementsprechend ein bisschen Free Supercharger. Das ist übrigens die Gastronomie am Seat & Greet in Hilden. Ich kenne die nur tagsüber, wo die auch geöffnet ist. Das ist hier der Ladepark, mal kurz zeigen. Wir sind 40 Tesla Supercharger, da stehen wie die Soldaten in einer Reihe. Das ist schon sehr imponierend. Und auf der anderen Seite geht es natürlich noch weiter, das zeige ich euch auch mal kurz. Hier ist die ganze Reihe auch nochmal voll. Also 40 Tesla Supercharger in einer Reihe. Und auf der anderen Seite ist die Firma Fastnet. Fastnet ist ein holländischer Anbieter. Der hat da hinten auch noch Schnelllader. Und auf der hinteren Seite sind alles noch AC Langsamlader. Also wir kommen hier auf über 120 Lader insgesamt. Schon sehr imponierend hier. Ich habe das noch nie so leer gesehen, weil ich noch nie so spät abends hier war. Wir haben es fast Mitternacht. Ja, jetzt gehe ich ins Auto, esse ich was. Ich habe mir was mitgebracht zum Essen. Und ja, wollte ich noch ein paar Bilderkopien ein bisschen arbeiten. Und den Wagen halt ein bisschen aufladen. So, ich habe jetzt über eine Stunde geladen. 93 Prozent. Kosten 0 Euro. Yeah. Ja, ich hätte gar nicht so lange laden müssen. Ich wäre schon nach fünf Minuten bereit gewesen zum Losfahren, dass ich mit ein paar Prozent zu Hause ankomme. Aber ich habe es halt gemacht, weil ich den Akku vollknallen wollte. Und ich halt keine Kosten, was ich habe. In der Zeit habe ich ungefähr 700 Fotos bearbeitet. Habe was Leckeres gegessen. Ja, Videos übertragen. Gearbeitet. Ein bisschen ausgeruht. Und YouTube geguckt. Habe jetzt DSDS mir angeschaut. Ja. Und jetzt bin ich fit und bereit zum Weiterfahren. Das Abstecken geht genauso einfach. Einfach oben am Knopf drücken. Klack. Abziehen. Klappe zu. Und das war's. Die Klappe zu machen muss ich nur bei dem alten Modell. Bei den neuen Teslas geht die Klappe automatisch zu. Und weiter geht's. Ich habe jetzt den Wagen von 22% auf 93% hochgeladen. Das waren 53,5 Kilowattstunden. Die hätten mich gekostet, wenn ich die bezahlt hätte mit 47 Cent pro Kilowattstunde. Wären gewesen 25,15 Euro. Also über 25 Euro habe ich jetzt gespart. Und jetzt bin ich auf dem Weg nach Hause. Ja, es gab was ganz witziges hier. Wir haben jetzt 1.49 Uhr, wie ihr unten sehen könnt. Ich bin in 16 Minuten zu Hause. Also wäre ich ja eigentlich um 2.05 Uhr zu Hause. Aber er zeigt hier an Ankunft 3.05 Uhr. Schliegt daran, weil gleich die Zeitumstellung ist und von 2.00 Uhr auf 3.00 Uhr umgestellt wird. Und ich dann nicht um 2.05 Uhr, sondern um 3.05 Uhr ankomme. Ja, wir haben jetzt kurz nach 3.00 Uhr. Ich bin in der Garage bei mir angekommen mit 66% im Akku drin. Ich bin ein bisschen schneller gefahren am Ende, darum hat er noch ein bisschen mehr verbraucht. Ja, 300,7 Kilometer. Ich zeige euch das mal in der Zusammenfassung. Das sind hier gerundet 301 Kilometer. 59 Kilowattstunden Energie habe ich verbraucht für den gesamten Tagestrip Fettins Arena. Und 197 Wattstunden pro Kilometer, also 19,7 Kilowattstunden. Ein sehr guter Verbrauch. Wenn man jetzt die 59 Kilowattstunden rechnet, mit 29,9 Cent, die ich jetzt hier bei mir in der Garage habe, sind das ungefähr 17,64 Euro, glaube ich. Und wenn man das dann auf die 100 Kilometer umrechnet, sind es 5,88 Euro. Eigentlich ein guter Wert für so ein schweres Auto mit so viel PS. Das muss man also fairerweise sagen. Das ist halt kein VW Käfer oder kein Polo oder kein Kleinwagen. Also es ist halt ein zweieinhalb Tonnen schweres Auto. Und dafür 19,7 Kilowattstunden auf die Strecke von 300 Kilometern ist schon top, muss ich sagen. Ja, ich hoffe, ihr wart mit meiner Zusammenfassung zufrieden, dass ihr euch mitgenommen habt auf dem Trip 90er Live-Party von Markus Krampe. War ein tolles Event. Markus, super. Also nach zwei Jahren mal wieder so ein Event mitzumachen, war schon eine coole Sache. Definitiv. Ja, ich verabschiede mich. Wenn euch das Video gefallen hat, bitte einen Daumen hoch. Wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr positive oder negative Sachen in dem Video festgestellt habt, einfach mal einen Kommentar und drunter schreibt, wenn ihr Fragen habt oder wie auch immer. Und wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, bitte einfach mal den Kanal abonnieren. Es motiviert einen dann halt immer mehr, neue Videos zu machen. Und ich freue mich über jeden Abonnenten. Übrigens, es gibt auf tesla.newsontour.de, newsontour zusammengeschrieben, also tesla.newsontour.de, gibt es eine Playliste, wo die ganzen Tesla-Videos zu sehen sind. Also sind alle zusammengefasst dann. Dann braucht ihr nicht viel suchen. Es sind also über 50 Videos mittlerweile drin, die wir über das Auto gemacht haben. Das nächste Video wird übrigens ein Getriebeölwechsel sein. Mit meiner 3-400 habe ich so ein bisschen Geräusch hinten drin. Wir wollen mal probieren, ob man das mit dem Wechsel von dem Getriebeöl irgendwie wegkriegt. Oder ob die 3-400 kaputt ist oder keine Ahnung. Das wird ihr im nächsten Video sehen. Das produzieren wir am Mittwoch in der elektrogarage.com beim Wolfgang Müller, beim tesla-gutachter.de. Wir sehen uns. Christian Sasse. Bye. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.